So, hab ich euch eigentlich erzählt, dass wir im Stream sind? Nee, ne? Nö. Echt? Ja, dann haben wir doch. Ideal. Boah. Neun in der Position. Ja, wir stehen unter der Brücke. Ja, neun, ja, dann bist du doch gleich on. Da. Jo. Warum hat er jetzt meinen Auflieger abgekuppelt? Ach nee, ernsthaft? Spaß gemacht. Ich seh noch nicht. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Ne, warte mal, das ist eine andere. Ah, wie spiel ich jetzt hier? YouTube-Rack. Ja. Ich bin gefütz. Ja, dann. Ach so. Geht's los, oder? Alter, Ticklinator ist schon ungeduldig, du. Ja, aber ihr könnt schon losfahren. Ja, dann. Let's go. Ich bin schon auf 90. Ja, ich weh euch schon. Ah, jetzt. Glimso, ja, da ist er doch. Ah, fahren wir doch die... Ich seh nicht. Könnt ihr losfahren? Ja. Ja, ja, wir sind dabei. Wir sind dabei. Was ging gerade los? Jo, das war ein riesen Synchro-Feder, der standet bei mir noch. Ich hab jetzt auch irgendwen im... Oh, ja, da vor uns ist auch gerade einer im Ghost-Mode hier. Ich weiß nicht, ist der in mir gespawnt, oder? Ich bin gegen Server, alter. Oh, ich bin auch wieder raus. Schon wieder rausgeflogen? Ja. Action. Du wirst mir aber noch angezeigt hier, mit Wandblinkern. Mir wolltest du dich mal angezeigt, wo du in der Nähe warst. Denn ich stehe wahrscheinlich genau hier. Devento. Du wirst mir nicht angezeigt. Also Martin fährt noch immer vor mir. Ja, und ich fahre hinter dir. Ja. Was ist denn heute mit diesen Servern? Das ist 100% pro, weil der eine da im Ghost-Mode gerade auf deine Position nämlich gespawnt ist. Ich hab mich total erschrocken. Dass das die fehlt, dass das irgendein Synchro-Feder ist. Ihr standet bei mir, deswegen hab ich hier gefragt. Ja, bei mir ist der auf einmal, der ist in mir mehr oder weniger Position und dann bei Martin da irgendwie. Warten wir's nochmal. Also Martin fährt bei mir hier immer noch. Ja. Sollen wir dann wieder warten oder wie wachen wir's? Fahr einfach weiter. Warte, wir können bei der Tanke hier warten, Notfalls. Ja, aber seine Position ist er bei mir, also da steht immer C.G. Martin. Martin. Ja, ähm, Arz ist er auch. Ja, aber es geht um Glismo. Ja, lass mal Tanke. In die Tanke rein. Auf die Parkplätze einfach auch. Ja, oder wer ist rausgeflogen? Steiner, bitte irgendwie, ach, keine Ahnung, das war knapp. Ja, du bitte nicht so schlagartig bremsen. Du musst einfach langsam mal werden, weil für die Leute hinter dir ist das ein bisschen gefährlich. Ja, da weiß ich mal, wie's mir jetzt, wie's mir immer geht hinter dir. Nee, aber das ist möglich, man muss, wenn du an dich voll... Ja. Genau. Alles gut. Aber im Convoy muss man... Ich muss echt schon vorsichtig sein. Ja, das ist, tatsächlich. Ja. Ja, wenn du so dicht dran bist, da ich kenne, also ey, du musst voll in die Eisen. Du hast lauter bunte Beschriftungen, ey. Meine Reifen, was sieht denn das aus? Aber ich find, das sieht voll gut aus. Das ist so, so... Ey, ist so dieses typische Bling-Bling, so. Wie Bling-Bling. Das ist so 2011. Das ist so, kann ja, so. Leger, Alter, nee. Bling-Bling-Call, so, ungesprach. Du feierst. Das sieht mir ein bisschen zu Brodo aus. Zur Hölle werden mir meine... Ich hab's hier reifen, soll ich reifen auch an meinem Auflieger, aber warum wird mir das nicht angezeigt? So, jetzt wird nur noch Arze. Oh, er lädt schon. Falschen... Lass uns loslegen. Also, ich find ja schon, das sieht so... Schon ganz sexy aus hier. Ich hab das an ihm auch dran, ne. Ah ja, da. Craig Convoy schreibt was. Da hast du, der wollte ja nicht mitfuhren. Ich bin wieder drinnen. Ja, trotzdem musst du das mal aufholen. War kein Ding. Alter, dann Convoy ist sechs LKW. Ja. Und alle Sperre, jetzt war was neu. Und alle die gleiche Ladung, so wie es aussieht, wa? Und alle die gleiche Zugmaschine, oder? Fast. Ja. So, wo geht denn das? Wollen wir uns eh gerade jetzt kurze Zeit haben. Rechtsklick. Einstellungen. Da der Player-Tag. Und dann kann ich jetzt hier, anstatt GER Steiner, was anderes reinmachen, oder was? Steht der eine Typ da, oder? Oh, nee. So, ich seh euch wieder. 400 Meter. Ja, ich werd wahrscheinlich gleich runterfliegen irgendwie. Ich hab hier gerade, keine Ahnung, alles steht bei mir gerade. Kann man wer von euch ein Stück vorfahren? Äh, du bist raus. Geil. Einer da, der nächste fliegt raus. Ich bin auf dem Surf. Ach so, das ist links daneben, jetzt steht bei mir zick ich dann. Ach so, das ist der Player-Tag. Könnt ihr mal kurz warten, bis ich wieder drauf bin? Wann ist du denn? Ja, wo du jetzt stehst. Oh, dann fahr ich hier gleich. Fahr mal wieder zurück. Du schalen, deutsch, meine gute Fahrt weiter hin. Jo, Dieter und die Nato ist ja auch da. Dankeschön, die auch. Die auch. Der Tito Nato ist ja da mit. Ja, der will mitfahren, aber... Ja. Welche Sprache spricht der Typ? Keine Ahnung, ich vermute mal Englisch. Also er fährt nachher wegs hier. Ähm, sag ich mal, ich spiel mal neu starten? Ja. Ja, wäre eine Option, wenn du wieder reinkommen willst, ne? Ja, ich dachte, er hat aber versucht, sie gerade noch zu verbinden, aber das ging nicht. Ja, ich habe mal nur vorgezogen, gerade. Jo, steht ja keiner mehr da. Geil, erstmal Ausfall wieder blockieren. Ey, das ist doch nur noch ein Trauerspiel mit dem Zerber gerade. Ja, die sind doch halt gut ausgelastet am Wochenende. Ah, Martin ist jetzt wieder da, der fährt gerade rückwärts. Ja, der ist schon die ganze Zeit da. Es geht um Atze. Ja, der fährt auch da. Der fährt einfach auf die Autobahn. Du, ich müsste gleich da sein. Das ist doch schon die Autobahn, ich habe das völlig mal so. Vielleicht stellst du dich am besten mal richtig auf den Seitenstreifen und nicht so so halb. Ja, dann kann ich ja nochmal da rumprobieren. Hast du da kommt im Verkehr von hinten? Merkt das schon. Äh, seid ihr unterwegs? Ne, wir stehen hier. Auf dem Parkplatz. Ich sehe euch nicht. Ist der Ticklnator jetzt weitergefahren? Ja. Was habt ihr drinsteht? CG minus Spedition, oder? Ja. Nein, da kann ich das machen. Ich bin auf dem Server, aber ich habe... Warum klappt das? Und ihr habt es in Gelb, also dann muss ich Gelb beimachen. So, aber der Spielername, wo ist der? Spielername, der ist also der, den du von Tockers MP mitkriegst. Ja, aber da habe ich ja schon das GER rausgemacht. Aber das übernimmt, hat er nicht übernommen. So, ich muss mein Spotify... Korrekt. Korrekt. Gott, Alter. Weil es GER, das sollte eigentlich mal mein Speditionsname sein, aber wo ich alleine fahre. Ach so, kommst du? Den fahre ich ja immer schön hinten drauf. Ich sehe es da schon, wie ich näher komme. Immer und wieder. Überholt er. Oh. Was? Opak knick knack. Knick knack, knick knack. Einsen. Please respect. Moin, moin. Hallo. Woher da, woher da. Was war das denn? Hallo. Was hat er gesagt? Hallo. Erik, der hat dich angesprochen. Ach so, Kanal 9, oder was? Mit der großen Locken, Vorsicht. Yo, der eine gerade von mir ist einfach weg gewesen. Schwertransporte, überholt, Schwertransporte. Warum leckt das jetzt hier so? Bin ich jetzt raus? Hier stehen alle. Ah, du hast gerade nur kurz gehockt. Ich geh mal vom Gas her. Ich häng dir gerade fast am Augenblick. Aber bei mir standen alle gerade. Ich hab Angst, Jungs. Ah, schlösslich, jetzt stand ich. Ja, Alter. Auf einmal bist du gestanden. Fuck. Also, ich stehe gerade am Seitenstreifer. Ich weiß nicht. Boah, ich bin ja... Irgendwie steht alles bei mir. Ja, du bist... Du bist von jetzt auf nachher, bist du auf einmal stehen geblieben, Alter. Aber wie ein Backenstein. Ja, klar. Ich bin rausgeschmissen worden und bin jetzt wieder in der Queue. Oh, unsimpatisch. Aber noch fahren, Martin. Kannst du noch fahren? Ja, du bist jetzt... Ich bin auch voll dabei, ja. Ja, Mädels, ihr seid... Ihr seid... Ich bin rausgeflogen. Ich war... Ja, ich mach Barmikar und warte hier bei ihm. Ich seh Adam hinter mir. Irgendwo. Jungs, wo seid ihr gerade? Hier, ja. Da, wo ich eben gerade hinten reingerauscht bin, als er kurz vor der Autobahn abfährt. Achso. Ich hab Angst, wenn was hinter mir so schnell kommt. Connection broken. Ah, ist das geil. Oh. Immer auf den 1. Ah, der Eerie ist wieder vor mir gerade gespawnt. Wollen wir sonst einfach jeder einzelnen Durchfall auf dem 2er-Server gehen? Notfalls? Der Auftrag müsst ihr erhalten bleiben, ne? Ja, wenn wir jetzt aber wechseln. Nee, ich mach das jetzt hier fertig und dann mach ich erstmal was anderes vor dich. Warte, ein Steiner. Können wir weiter oder was? Einfach durchfahren? Also, ich hab nicht die Probleme, die ihr habt, aber... Achso, wollen wir es so machen. Einfach durchfahren, damit wir die Eerie fertig haben. Anderer Server? Achso, du lockst noch ein. Okay. Ja, ja gut. Wir können ja den zu Ende fahren und dann können wir auf einen anderen wechseln, wo nicht so viel los ist. Okay, dann Vollgas. Wieso ist er schon wieder da? Warte weiter, ich komm hinterher. Ja, ja, also ich seh gerade nur Erik von mir. Ja gut, dann leg ich jetzt los. Hast du auch, da kommt noch was von hinten, Jungs? Ja, ja, Achtung, Achtung. Oh ja, der wird raus, der wird raus. Egal, na, na, na. So. Zwei, dann. Oh, irgendwie steck ich fest. Oh, ich seh euch da hinten, ich seh euer Lichtschneim. Ja, oh, irgendwo bin ich hängen geblieben, oder? Nee. Zeit zu gehen. Oh, du ist mir da jetzt gerade einer draufgefahren, die hier hinten. Hat sie irgendwie gerade gerucklicht, oder? Aber ich fahr jetzt weiter, ne? Ja, ja. Ja, das sind ja nur 330 Kilometer, oder ne? Ich versuche, dass es zu Ende gut ist. Knick, knack, ist die Nase ab. Marke, umhaber, aha. Ich habe jetzt nicht rund, möchte mal aus jemanden. Ach so, ja, das könnten auch mal. Ich habe die angelassen jetzt hier. Ich lasse sie an. Ja, dann. Ich glaube, Vorsicht, Schatz, um... Nee, ich dachte nicht, ich dachte gerade. Überholer? Mit Tigerliner, oder? Deutsche. Warte, oder steht ihr? Bahn. Also ich habe Martin Hüter hier. Und ich fahr ganz vorne irgendwo. Und alle. Eine Verbindung ist wieder weg. Ja, top, oder nicht? Ja, was habt ihr? Nullfalls Rechner oder Daten? Ja, nee, das liegt am Server. Das liegt nicht an unseren Rechner. Ey, ist ja klar, weil der bei mir sieht, ich habe halt immer Highping. Ja, guck mal, ich habe jetzt 74 ms, das ist standardmäßig nicht so. Wahrscheinlich schmeißt der mich halt deshalb nicht so. Aber ich hatte auch schon Tage, da hat er mich dauernd auch rausgekickt. So schlimm wie heute hatte ich in der Vergangenheit auch. Ja, dann gehen wir halt auf, was soll man dann gehen, auf die 2, oder wo? 2, ja. Ja, fahr die Tour jetzt auf dem anderen Server weiter. Ja, dann treffe wir auf den Server 2. Ja, das können wir machen, dann wechseln wir nur den Server. Wie viele Kilometer sind? Ach, 200 Kilometer noch. Ja, ich fahr das Ding noch voll fertig, dann kurz auslocken, einlocken, ob da 2 ja ein gut ist. Ja. Dann sind wir ja gleich beieinander, das ist ja. Genau. Die 5 bis 10 Minuten werden wir verkraften. Lass uns loslegen. Das war jetzt ich, aber nicht. Will ich nur mal demonstrativ festhalten. So, weiter geht's. Einmal den Server gewechselt. Ja. Ich habe genug geraschelt und geknuscht worden heute. Wir machen weiter damit. Hey. Das ist ein Wald. Wie POST. Ja, gestern war es gestern noch in der USA. Gestern Abend. Ja, da muss noch Otto... Immer geradeaus. Ja, gut, ich habe versandt gerade nicht für wenige Zeit. Aber am 20, da ist Euro versandt. Ja, für Internationales ist es noch günstig. Ja, da muss noch was von Zoll. Einfuhr gewöhnt haben. Was genau? Ja, da wird der Picker hat schon bei uns ja auch noch einfuhr gewöhnt. Ja, man, am besten fest mittlere, nur bei der Typ von Kax. Boah, da ist gerade noch einer gespawnt hier einfach mal so. Werden alle das Problem haben. Dann auf der Standspur gerade hier gespawnt. Im Fahren. Ja, nur die fahren jetzt gerade alle hier. Achso, ne, ich fahre zu 94. Okay, ich habe nichts zu sagen. Die blockieren hier gerade die Straße. Wir haben wahrscheinlich einfach nur Begrenzer drin, aber... Dann fahr doch mal, Mensch, zu da auf der linken, Mensch, Meier. Ah, Kerl. Komm, die Gumi. Fahr doch mal deine 90 hier. Und sie rüber, komm, push. Komm nicht in die Puschen hier. Wackelt hier nur rum. Was soll das? Der andere macht schon ein schönes Blatt. Ich wollte gleich... Ja, jetzt, wo ich rechts, wo wir jetzt rüber? Es ist da ein Bachel, ey. Ich habe, der fährt mit Tastatur, so wie der rumzittert ja. Äh, die Tastatur-Kammer. Ja, aber das ist echt. Ich kümmere ein bisschen Auflieger an, ne? Links, rechts, links, rechts, aber wie? So richtig ein Rumgezitter hier, da. Das ist ja nicht mal feierlich. Alles zeigt, ist auch feierlich, komm. Und erst meint er, er muss mich überholen und jetzt kommt er nicht aus Puschen. Und jetzt hat es mich ja verschweigt. Zum Überholen ankommen, auch nicht schneller rum. Ah, ist ja nicht... Ah, ja. Auf geht's. Das ist so ein richtiges Elefantenrennen hier, aber übel. Ich habe keine Chance zu überholen. Nein, ich bin ja letztes Mal zu Januar noch, weil ich glaube, so habe ich jetzt die Woche nicht mehr mehr spielen können. Ach, wobei... Abends. Nur. Kurz. Achtung, er war dann jetzt hier rechts raus. Was? Boah, wer jetzt sogar noch Niko dabei hat. Na, bald habe ich einen Achteffert, auch Skanya. Wow, 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 wow. Ist der jetzt von Garski gegangen oder was gibt das? Das LKW-Rennen, Alter, das sind Zentimeter, die ich hier immer mir erkämpfe. Über Kilometer schon, ja. Oh, ey, das ist krank, Alter. Das ist, wer hat die dicksten Eier, aber da kommt die Ausfahrt, da muss ich abbrechen, 100 pro. Das ist ja noch 170 Kilometer, das ist nicht mehr weit. Ich habe noch 160. Ja, der fährt bestimmt auch noch Stockholm, Monopo. Stockholm oder Kalmar, ja, ich fahre durch. Ah, jetzt, boah, jetzt bin ich schon mal an der Zuckmaschine vorbei. War mit meinem aber, dass es so grausam ist. Egal, ich bleibe eiskalt auf dem Gas. Scheiße, ich muss runter, nein! Verdammt. Ja, komm, dein Fahrrad vorbei. Ah, jetzt hat es gerade übel geruckelt hier. Was war denn, warum bist du so weit zurückgefallen? Ich habe noch rausgefunden. Ah, sie wollten nicht so, wie dein LKW-Rennen du wolltest, ne? Vollgegen gerutscht. Ist das ja nicht Leitplan? Als muss der da auch raus. Wie soll dich doch eigentlich leiten? Ja, hat mich auch gelitten. Ah, da auch. In der reiche Richtung. Wie schwer ist der Gerät hier eigentlich, was wir drauf haben? Neun Tonnen, das geht ja sogar noch. Das ist 19 Tonnen, das geht noch. Neun. Neun Tonnen, ja, das nix. Ja, das ist Glasfaser oder GFK. Was habt ihr drauf? Äh, Windkraft, Turbinen, Teil oder sowas. Ich habe auch Windkraft-Turm. Hä, das sind Windkraft-Werkschäden, das sind bei mir 19 Tonnen. Bei mir ist das neun. Also steht jeweils so drin, wenn ich F6 drücke. Ja, bei mir steht 19. Und ich habe noch 36 Minuten. Also bei mir steht auch 19. Windkraft-Werkschäden, das ist jetzt nicht. Ja, kann sein, dass das 19 Tonnen sind, aber bei mir sind nur neun eingetragen. Ah ne, oder du hast halt einen anderen Auftrag gekriegt. Oder mit einem anderen Teil. Keine Ahnung. Mag ja sein. Also bei mir steht 19. Aber wir haben halt auch alles freigeschaltet. Man kann auch kriegen. Das kann nämlich auch sein. Keine Ahnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin ja kurz vorm Ziel, da mach ich jetzt mal eins. Zeit zu gehen. Ich halte hier kurz an. Ich habe noch 60 Kilometer vor mir. Wie viele habt ihr noch? Ich habe noch 80 Kilometer. Ja, dann bin ich vor euch. 60. Ich muss jetzt nur kurz warten. Ey, du bist jetzt knapp hinter mir. Ja. Also Server 2, oder? Ja. Na dann. Ja, das ist auch schon ziemlich voll. Nur 1.000 Leute drauf. Ja, 1.000 nicht. Ist es dann 100 oder wann ist voll? Ja. 4.000 nicht. Von wann bis wann. Der 1er ist der Hauptserver. Der 1er geht mit 4.900 oder so und der 2er geht mit 3.000 oder so. 2.900 oder so. Ja. Lass uns los. Ja. Und die Handbremse ist raus endlich. Die Handbremse ist raus. Fahr schon mal zur Werkstatt. Herrlich. Ja, das muss man auch gegessen. Moin Moin und schöne Weiterfahrt. Moin. Moin. So. Dann. Okay. Ach 10 Mal nennt die Aufparty ist recht eng. Wois scheiße. Live Flanke. Fuck. Ja nicht noch irgendwie unvollbau. Nee. Die haben nur ein bisschen gekuschelt. So ineinander gerieben oder so. Scheiß. Keine Ahnung. Irgendwie so, ne? Irgendwie so. also schon da vorne eine ausfahrt ich bin jetzt auf der aufwand auf der brücke wie habt ihr wie habt ihr euch denn an mir vorbeigeschmuggelt die wir übergötter sind hallo aber da hinten ist die baustelle ist der weiß ja der schotterweg geräumt ist keine ahnung einfach rüberfahren ja ich kann auch wieder hupen ach du scheiße das tor ist ja winzig weißt du wie beim abholer dann auch nein also winzig in form von wirklich da kommt gerade normale lkw durch ach du scheiße ich habe aber ich werde es ja gleich sehen ich habe noch 50 km ach du scheiße muss hier rückwärts rauf fahren nicht genauso warte mal kurz ich muss kurz wenden ich muss da rückwärts nee weiter geht ich muss vorne kann ich hier runter da geht das natürlich nicht nicht mehr ich kann es ja ich kann es ja ich kann es nicht mehr wie bei der rückwärts wie bei der rückwärts und wir haben noch mal das ist wir haben immer Vielen Dank. 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 Ja. Achso. Vielen Dank. Wie es geht. Nee, aber das ist... Ich mein... ... Achso. Mal gucken. Ich... kann man... wo... ... 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